Warte mal kurz. Ja, passt. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Forever League of Legends. Tut mir leid für die längere Pause. Wir sind wieder dabei, einmal mit Rico oder Nyrox. Na, Ben. Dann mit Michi, also der heißt In-Game Kalixmator. Hi. Dann haben wir den Peter wieder mal dabei. Hallo, ich danke. Und dann ein unbekannter mir persönlich. Stell dich mal bitte vor. Ja, hallo. Ich bin der Thunderschein und spiele diesmal Warwick. Alles klar. Gut, wollen wir mal gucken, was es gibt. Auf Vayne müssen wir aufpassen. Die ist wieder so... What the fuck? Was ist das für ein geiler Vayne-Skin? Drachen-Töte, glaube ich, oder so. Habt ihr noch nie gesehen. Heftig. Ich glaube, ich kaufe mir Vayne, nur wegen dem Skin. Genau. Das habe ich bei Olaf auch gemacht. Nur um den Bro-Love-Skin zu haben. Ja, ja, den spielst du immer. Mhm. Lee Sin wird wahrscheinlich... Ach nee, Alistar ist dabei. Alistar ist Tank. Wahrscheinlich. Ich glaube, Lee Sin wird Tank. Ist das auch möglich, ja. Aber ich glaube, der Alistar hat gerade ganz kurz vom Beginn einen Disco-Level-Tank. Das ist doch schon toll. Also ich schätze mal, ich soll Mitte gehen. Ja, ich gehe einfach bot. Dann schilfe ich jetzt mal die Mitte. Mach mal First Blood, weil du versuchst mal's. Wo-Block? Nein, wo-Block du gehst jungen, gell? Mhm. Ja gut, dann warte ich. Um keinem Terran. Mhm, nee, lass mal lieber. Und pass auf, dass du nicht gegangt wirst, weil... Bei mir war's so, dass da auf einmal alle herkommen sind. Warte, mach ich jetzt Solo-Lane? Äh, Ramos auf der Solo-Lane, das ist tatsächlich etwas ungünstig. Ähm, ja Gott, was haben wir uns eigentlich gedacht? Warum hab ich eigentlich... Keine Ahnung, scheiße. Ich hab einfach was anderes gemacht. Egal, ich krieg das schon irgendwie hin. Äh, sicher. Sicher nicht, aber ich versuch mein Bestes. Zum Erscheinen der Vasallen. Vierviertel-Takt. Ja, und eigentlich war der Warwick-Super-Solo-Lane, aber zweit ist das halt totaler Schwachsinn. Ja, okay, dann, ähm, solltest du das... Ich war noch schon am besten, schnell wie möglich auf den Weg nach oben machen. Ich glaube, du wirst es möglich haben. Na, mal gucken, wenn ich gegen mich habe. Ähm, ja, vermutlich Leasing. Wahrscheinlich, ja. Verdammt, der, ich hasse Leasing. Und dann, äh, die Gegner, keine Ahnung haben. Wichtig. Du bist du... Fuck! Ja, okay, halt, stirb halt einfach nicht. Ich meine, du bist Ramos, das sollte nicht so schwer sein. Und lastet halt am Tower. Ja. Ayo, ey, äh, äh... Glaubst du, schaffst du's oben, Rico? Klar. Ich hab's ja schon die ganze Zeit gesagt. Ja, ja, aber ich wollte schon mal Sicherheit selber fragen. Kacke, Mann, der Allerbeste ist in der Mitte. Oh Gott. Boah, oh Gott, ist doch... Ja, egal, du Sprinter, geht das noch. Ja, mit Sprinter geht alles. Okay, Lee, sind jetzt bei uns hier unten. Top-Kill, irgendwie gerade ein bisschen. Ah, ne, da ist Anivia und Vayne. Ja, was kann er so für Skills? Oh Gott, ich kenne den sogar nicht. So einen richtigen Tänz. Ja, hab's gemerkt. Alter. Weil der Alistair gerade erst wieder ins Spiel gekommen ist. Ja, ja, der stand auch erst zurück im Spiel. Ah, okay. Ey, was ist das denn für ein Wichser? Der kann ja mal Übels vergiften. Ey, wie weit kann er das denn schießen? Der Moiler war jetzt nicht so weit. Ich kann ihn jetzt verängstigen, wenn er bei mir bleibt oder wenn er in der Nähe von mir ist. Ey, hat der so eine hohe Range oder was? Okay, dann ist das das Problem, was ich hier gerade habe. Dann halte ich mich erst mal zurück, ey, ohne Mist. Den habe ich ja gleich wieder. Ja, klar, aber die Minutes schmerzen. Okay, L ist das. Nicht wie uns. Äh, das war jetzt genau auf dem Falschen. Ich konnte nix machen. Ja, nein, mit Schaden. Nein. Vergessen wir das. Oh Mann, ey. Ja, wow, WG, das ist gut, dass du gerade mal hier wirst, aber du hast alles selbst nicht genug Leben. Ich habe Angst vor dem. Auf jeden Fall versucht man ein bisschen mehr zu Last Sitten, weil der Lee Sin hat schon 7 und du hast 5. Also insgesamt sind wir für 4 Minuten extrem schlecht mit dem Last Sitten. Oh Gott, das ist gut. Mann, ich habe voll Angst vor dem, dass er eine scheiß Granate hat. Ich habe gedacht die ganze Zeit, oh Gott, wer sau der scheiß Charakter, ey. Ein erhabenes Duell. Das ist einfach ein Hohensung, ey. Mann, Mann, mach mal. Nein, der wirft irgendwie so eine Granate. Oder, ich habe getroffen. Ha, der bekommt auch so gut. Du hast doch keinen Grund, die ganze Zeit Autos zu landen, weil jetzt müssen wir den in die Mitte haben. Ja, oder mach die ganze Zeit Autos. Okay. Oh Mann, ey, ich kann hier gar nichts machen. Boah, so ein Lack, ey. Oh Mann, ich kann hier nicht die ganze Zeit Autos machen. Das war einfach, weil wir uns gar nicht gemeint haben. Oh Mann, was ist so eh. Weil es bringt uns gar nichts, denn wir uns die ganze Zeit weit wegbewegen müssen. Aber ich meine, die machen uns einfach raus. Das war's. Ein Verbündeter wurde getötet. Ah. Verlässlich. Oh Mann, was ist das? Ah, nee, ey, was ist das? Ramos auf einer Solo-Wählen gegen OP-Wählen ist leider irgendwie ein bisschen fehlend. Scheiße. Ja, und das wäre einfach nur OP-Wählen. Das war schon so. Ah. Ah, äh. Na, das Tropfen zwei Ranges habe ich sowieso großartig gemacht. Ich kann nichts spotten am Tau. Ich kann gar nichts machen. Wieso zieht der der Hund nertz? Ja, ich komme jetzt noch oben. Ne, was sieht auch für eine Range hat, ja. Wie ich jetzt auch gleich sterben werde, ey. Mann, ich werde jetzt sterben in den nächsten Sekunden, wenn er als nächster mit seiner scheiß Granate trifft. Nein, 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 lass mich in Ruhe. Ich hab voll Angst vor dem, ey, das geht gar nicht. Ah, weiß. Okay. Alter. Der ist wieder da, der ist wieder da. Der soll bloß herkommen. Genau, auf den falschen. Ach, so ein Locker. Hey Mann, der zieht mir so viel, das ist unschön. Okay. Lass dich nicht von dieser Granate treffen und auch nicht von seinen Q treffen, dann geht der. Harmonisch. Der, der dich trifft, damit hast du verkackt, das ist klar. Okay, ähm, wir sind jetzt in den letzten Enden, wenn du denk mal Zeit willst. Jo. Ja. 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 Ja, ich mach nur noch eben die Geister, bin ich auf 6, dann mach ich meinen IT. Oh, jetzt hab ich keinen Mana. Oh. Boah. Was sie viel Schaden macht, Alter. Boah, wie der Schaden macht, ist nicht mehr schön. Ich hab mich zweimal treffen lassen, ja, da hat er zweimal geschossen jeweils. Jetzt hab ich vier Treffer eingesteckt und hab noch 5, ne, 350 Leben. Das ist nicht schön. Ach, scheiße, die hat doch hier scheiße, da hab ich jeder nicht dran gedacht. Na gut, jetzt hat er das ein nicht mehr. Ja, aber nur ein paar Sekunden, nur noch die Grenze Zeit. Nein, 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 nein. Ah, gut! Nie wieder Ramos so noch als Niederschaft, nie wieder! Und hinzu, ha, hat Ramos in Jungle gehört und Warwick auf den São Riverdoktor hat gar nicht mehr angefasst. Stimmt, das habe ich gar nicht mehr angebracht, ich kann ja auch mit Ramos in Jungle. Das ist schon so lange her, dass ich mal mit Rammus im Dangle war. Nein, 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 nein. Ja. Oh Gott, das ist einfach ein Hurensohn, wie er mich jetzt da mal treffen wird. Alter, der zieht mir so viel, das ist nicht schön. Immerhin machen wir auch Kills. Zumindest oben und unten. In der Mitte wird es nix mit Kills. Wenn mich einmal trifft, dann bin ich tot. Das ist das Problem. Beschleunigter Satz, beschleunigter Satz. Die Ulti war irgendwie fällig los. Äh. Aus meinen Gedanken an die Gange. Soll ich mit dir aushalten? Ja, bitte, 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 bitte. Ich hab mein IT auch ready. Ich hab mein IT auch ready. Richtig. In richtigen Tenden. Sollen wir jetzt pushen, oder was? Haben wir da von Tum zum. Kommt wir zum Drachen, Leute. Na, nein. Kommt wir zum Drachen. Kommt wir zum Drachen. Kommt wir zum Drachen. Ich hab's auch wenn ich lebe. Aber nein, der Ding ist doch die Sinister. Ein erhabenes Duell. Hä, was soll ich hier machen? Ich kann nicht mal verteidigen. Ich kann das hier nicht mal verteidigen. Was ist das für eine OP-Scheiße hier? Ja. Ja, über ihn ist auch ob. Im richtigen Tenden. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Ja, leider kann. Hier hat es von Anfang an den übelsten Schaden gemacht. Wo kommt das Drecks für ihn? Oh, Dario. Ich schwöre. Ja. Witzig. Dafür ist es eigentlich schon viel zu viel. Geh ich auch für. Down. Ja. Schaff's schon. Ne, er hat vier Kids. GG. Okay. Ich mach's back und dann geh ich mal top. Dann soll ich's machen. Go. Ich bin nicht bei euch. Nämmer so. Ich kann den Kopf. Das ist klar. Tschüss. Das ist klar. Top ist Mist. Oh. 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 Oh god. Du kannst deine Vision eigentlich auch benutzen wenn du tot bist. Oh god war gerade bei mir hier unten. Bull so. ORGADGID ist bei euch. Oh das ist in seinem Dschungel. Ich seh super. Das ist sehr nett. Hat doch kaum. Oh god ist unten. Scheiße was haut so an der? Jetzt schon. Ah ne, ich sag das quer schon. Ok ich bin tot. die drei sind zu füllen für die Niederlande was ist das für eine Scheiße und direkt zu werden ich komme zumal auf doch Urgott ein paar vorbieter so haben wir sind der Mensch es ist einfach nicht mehr schön Da ist er jetzt. Die hat einen aber von Anfang an total fertig gemacht mit ihrem P-Damage. Die hat mir gleich am Anfang mit einem Hit, also mit einem was weiß ich was die für einen Skill hat, ich kenn die sofort nicht. Aber die hat mir mit einem Hit zwei Balken von nebenan gezahlt. Die kann sich so rollen und dann können die so und so viel Prozent mehr Schaden machen mit einem Hit. Das ist echt cool. Aber auf jeden Fall ist es einfach nur richtig heftig overpower. Boah, 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 boah. Ja! Immerhin. Haut die bitte beide weg, es wäre so schön, aber Urgot wird... Oh, schade. Aber Urgot ist auch schwul. Nein! Nein! Warte, der für Seil verfolgt den einfach. Ja. Alter, hau ich da nicht mehr Damage rein, das geht. Komm her. Wow. Komm her, komm her, komm her. Oh, wow, wow, wow. So eine Leckere, das kannst du nicht sein. Nice. Das Beste ist, die andere geht jetzt auch gleich drauf. Okay, doch nicht. Und jetzt habe ich mehr Ulti umsonst eingesetzt. Ganz toll. Boah, hat die Damage. Warte noch drei Sekunden, dann ist mein Ulti wieder da. Auf jeden Fall, ich sagen wollte, Warwick, versuch mal wie ein Metronom. Verlass mich wie ein Metronom. Sondern lass den Rambos jetzt mal junglen. Oh Gott. Alter, wie viele Ziegen wir sind. Alter. Kannst mal eine Vision in das andere Gebüsch machen. Geh mir noch mehr auf und sag du Spasti. Sollen wir drauf gehen? Ja, okay, er hat sich gebraucht. Aber dann hätten wir auch. Wir kriegen jetzt, wenn meine Alte noch da gehen. Ich glaube nicht. Wollen wir diese Dissonanz auflösen? Nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zwei in der Mitte. Kevin bleibt im Haus. Oben ist Miss. Ja. Na, ich versuch's. Nein, 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 nein. Ja, das ist einfach nur krank. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Weißt du? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein! Ich geh nicht zu auf. Hm. Ich geh nicht zu auf. Ja, jetzt fahr seine Bombe rein. Er ist daneben. Boah, ich geh mal wieder jetzt, ey. Du geh nicht weiter. Und er trifft sich wieder. Oh. Nein. Sind alle da? Ja. Echt so. Und Vayne auch. Ah, nein. Ich hab auch gleich ulti. Ja. Was? Gibt's noch wegkauen hier? Ja. Geil. Ich konnte nur in Flächen und Süß. Ja. Wir gehen zurück. Hm. 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 Warte mal. Da kommt Vayne dir gleich entgegen. Das ist... Ah. Was war das denn? Okay. Okay. Ja. Ja. Wohin? Oh Gott. Irgendwie war das nicht so cool, wenn das ging. Nee. Haben sie weggeplant. Da wollte ich. Nein. Nein. Ich will nicht sterben. Puh. Jetzt auf den Tower. Na, scheiße. Das ist Vayne. 26 Leben konnte ich vergessen. Tue ich schon. Egal. Wir haben sie beide. Mhm. Nein. Nein. Lass auf. Komm, kriegst du dich, kriegst du dich. Na ja, kriegst du dich. Na ja, kriegst du dich weg. Ne. Alter, wir müssen eigentlich keinen Angst vor der Wehen haben. Chirik. Da muss ich einfach nur sagen. Chirik. Jetzt habe ich sowieso keine Angst mehr vor der Wehen. Naja, um die Kriegs Pewm Auto Bullshit, sehr schönes war. Naja. Wenn ich nur ein Tau wegwähre, dann wird es mir удар bringen. Bei dir mal ein Tauer wegwerden, die werden wir es mir etwas bringen. Ich geh mal kurz weg, wenn's recht ist. Ich kann mich borten. Wir brauchen wieder oben jemanden. Nee, das... Ja, dann kann ich mich da jetzt... Ja, das ist sogar gar nicht so weit weg. Okay, dann... Hol ich mir jetzt das da... Oder das. Nee. Na, ich geh mal mit. Holy shit. Naja, der hatte doch fast beide. Fast beide, fast beide. Boah. Nein, bitte, 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 bitte. Nein. Jawohl. Ja, das war... Täuschung. Im richtigen Tempo. Ich geh mal die Top ein bisschen pushen. Wollen wir den jetzt hauen hier? Ja, wir hauen erstmal alles zusammen. Okay. Erschuldigter Satz. Ich stimme zu. Ja, toll. Ja, scheinbar ein scheiß Heal halt. Wie gehts mal wieder mit, eine... ...wenn die irgendwie einen Tower-Dart machen oder so... ...müsste mal Bescheid sagen. Dann müssen wir dich sofort befestigen. Ich glaube, wir sind zu zweit runter und vertreiben Elisler von der Lane und dann kommt der dritte einfach auf die Lane, total irgendwo aus. Das ist halt absolut sinnlos. So, Dracca. Ja, ich versuche jetzt den Tower wegzuhauen. Oh, jetzt ist der wieder da. Kannst du mal eine Vision oben an den Tower machen? So in der Gegend? Okay. Oh, scheiße, ich bin tot. Die ganken mich, die ganken mich. Äh, spülen. Nein, das ist gut. Nein, das ist gut. Nein, ich habe den Turm nicht. Boah, sick boy. So stimmt. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Ah, Mann, ey. Was macht Urgott dann jetzt? Der verfolgt dich, gell? Ja, komm mit her, Brent. Wir haben auch den. Nein, Alter. Der kann seine scheiß Granate und zieht mal mit einem Fluss und einem Viertel das Leben. Ja, ich versuche es auch, wenn du ihn auf ihn casten kannst, damit brennt er. Dann stunzt du ihn und dann haust du dein großes Teil unter ihn und haust die Alte hier drauf. So. Standard. Dann ist er gerade weg. Ja, ich kenne... ...und dann ist Urgott weg. So, ich bin da. Ja, komm mal. Angriff jetzt. Ja, ah, die kommen alle drauf. Das war gut zu erwarten. Kommt ein bisschen zum Urgott durch, ich gehe ganz blöd. Doch. Noch 10 Sekunden. Anivia, komm, go, 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 Anivia. Kriegst du ihn? Ah, der Urso. Ey, fickt. Ah, nein, 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 nein. Scheiße, Mann. Ähm. Ach, oh gut, ich denke auch, er würde mir schaden machen. Geil. Er kann nicht nur was verstehen. Geht in den Jungle. Und das Einwurz-Handtausch. Und das Einwurz-Handtausch. 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 Das ist ein Wurz-Handtausch. Das ist ein Wurz-Handtausch. Kommt durch. Kommt durch. Tower ist gleich down. Genau. Jetzt. Hier, auf Wain geht der Tower. Ich hasse den Tower dafür. Alter, es geht nicht, es geht ab. Nichts. Alter. Der Rastau. Der Rastau hat mich sehr viel Leben gekostet. Im richtigen Tempo. Und hier, wo ist sie denn? Unten. Aber wenn die mich verfolgen, dann bin ich tot. Bringen sie vorher um, bevor sie sich verfolgen können. Ja, na klar, wenn da Sub-3 hinterher kommen. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Also wir könnten ihn schaffen, ganz klar. Vier Viertel Tag. Ne. Ich hole mir mal eben den Gegnerischen Blue, falls er da ist. Wow, so krass. Ich gehe weg und pate mich mit. Okay, er ist nicht da. Wir haben Wart im Gebüsch, im Ding. Also, wow, wir versuchen gar nicht. Erstmal sie angewischt. Auf wen? Auf wen? Und was ich glaube ich gibt's Zeit, go, go, go. Ja. In zwölf Sekunden habe ich die Wien. Ja, geil. Wir kamen bis zum Krieg. Ja, ich hab's gedacht. Ne, ohne Müll. Diven, Leute, diven. Diven. Einfach dreifen. Oh, sorry. Ah, alter. Ja, geht auf den Tower, ja, ohne Müll. Ja, geil. Komm, den nächsten anderen auch noch zum, ich hab Geistlinie. Wir hauen ab, Leute, wir hauen ab. Da ist Lies hin, Lies hin. Äh, weil sie noch... Warum? Hinter uns kriegen wir nicht tot. Oh, ohne dass du... Oh, ich hasse den. Nein, wie soll er denn die Brotter? Ich muss den nur einmal entzünden. Ah, das Alivia, what the fuck. Nein, nein, noch nicht mehr. Oh Mann, ich werd sterben. Ja, dann macht er noch einen Richtungswechsel. Hier, bisschen ganz süß, ah? Die ODS. Ja, egal. Nein, ist egal, aber... Ja, ich geh top. Mirwürdig. Nicht am Leben, ja. Adagio, beschwöre. Ahem. Oh nein, ey. Ordnung durch Musik. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir dürfen nicht aufgeben. Wollen wir diese Differenz auflösen? Aber da ist Vorweg und Brand. Aber da ist voll langsam. Also ich hab mein Ulti wieder. Und da ist Nocturne. Also mein Ulti ist da... Ohhhh. Ulti? Oh, der war eh so klar. Na ja, oh. So Gott, der ist hochgelaufen. Beschleunigt Ersatz. Ich stimme zu. Ah, Fail. Wir haben's Gewisch. Wir haben's Gewisch. Ja, die Tür. Nein. Nein. Die Tür ist voll. Da ist jetzt nicht. Ich bin auswesend, dass ich nicht herkomme. Statt auf ihn. Nice. Oh shit. Pass auf. Die Tür ist so. Auch hier ist so. Hm. Ich bin out of mana. Karte, komm her. Ja, ich bin da. anzusehen er war und jetzt ich habe wir kommen kurz werden kochen schnellen war morgens nein wenn ich tot er darf er ja auch genau und ich muss Entschuldigung 14 Sekunden bin ich unten, aber Mitte, äh, der Tower fail, wenn ich jetzt nicht Mitte bleib Ja, ich geh bot Ich geh steb bot Ja, nein, unten, Wurgood Wurgood kommt, was los? Wurgood macht Drachen Wurgood macht Drachen Oh Ja Hint da uns alles da Ja, ey, wo kam der denn jetzt noch her, ey, nein Alter, Bock, bleib doch mal weg BAM 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 Wo sind beide? Wurinsel BAM BAM Wurgood BAM BAM Ne, ehrlich, da war an BAM Ja, ich bin in den A da hinkommen Ist doch Wurscht Oh Au Ich mein, ich fall ja schon mit Sona Aber, mach egal In richtigen Tenepro die 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 ich würde ihn weg auch ein bisschen und jetzt hat er den Turm weg das ist das aus meinen an die manche würden ständig mal noch Probleme aber er das was nun aber er hat alles aber ich habe auch zehn Sekunden Kohlern na gut Usher ist der Usher ist so scheiße Vorwarte mal wissen ob man helfen ja oder ist es geht ja wird dort zum Täuschen wenn ihr den Weg wenn mich ein Widerstand er hat der Korreter wäre deswegen habe ich gewartet Richtig gut. Ja, auch sehr nice. Ich hab auch mal einen ulti. Ok, warte. Geh mal auf Tower, Peter. Geht mal auf Tower kurz. Sehr gut. Oh man, es ist echt gerade eine richtig geile Runde dafür, dass der Anfang so extrem scheiße war. Oh. Hey man, der rollt die. Ich will da nicht reinlaufen. Wie lange geht denn die? Warte, fuck. Übertriebener Schande. Warte, ich fott nach links. Also links ist jetzt geklärt. Passt schon. Oh. Hm? Ich lass den ihr Red doch nicht stehen. Also bitte. Sollen wir? Also ich brauche noch mindestens einen Kill, damit ich keine negative Killstatistik habe. Das wäre nämlich blöd. Da war was. Hallo. Ein erhabenes Duell. Nice. Sehr geil. Das war ja wohl wirklich bitter. Ich hab schon wieder 2k. Ja. Ich möchte dir ja noch ein bisschen Geld haben, damit ich mir Naturgewand kaufen kann. Ich bleib. Ich bleib. Der hat erst nur Mitte und darf den Tower noch ein bisschen. Aber der eine dann auch bitte runter. Wenn der wieder kommt, dann kommt er. Dann gehen wir auch runter. Soll ich hinterher? Den Tower nicht. Nein, wir sind zu dritt. Die Sin kommt. Die Sin kommt. Die Sin kommt nach oben. Coole Sache. Und ähm. Adadio beschwören. Oder? Ich hab jetzt mal raus. Da hab ich 2 Anti-Dinge. Zum Thema. Nichts hin. Die Sin. Are you ready? Ich auch. Ja. Ja auch. Oh nein. Der fützt uns jetzt erstmal. Ich bin hier mal neu hier. Boah. Sorry, das sind hier die Kills gerade. Mehr oder weniger Stele. Scheiße. Entschuldigung. Jetzt hat die Re-Ulti schon wieder. Der Alibi hat keinen möglichen cooldown Re-Ulti. Oh nein. Das war so ein Fehler. Ja, bin dabei. Jetzt auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weiter. Ja, ich kann weggehen und dann runter. Dann hol ich mir jetzt die Gürtel und das Allerbeste. Sehr nice. Dann kreide ich die Kriegsordnung. GG. GG. Okay. Oh, oh, oh. Es geht. Oh, ich wollte eigentlich auf die andere. Und singen. Ja, jetzt werden wir aber noch die Leute. So ein Kills, die Leute. Und ich bin tot. Oh, doch nicht. Ich werde mal fast sagen, der Tower... Oh, der Tower. Oh, der Tower. Geil. Das war ein nice round. Oh ja. Gewonnen. Aber das nächste Mal nicht Rammus Solo-Lane.